Wir müssen schon wieder auf dem Abstellgleis. 25, nein, wir fahren auf dem Halzeigen das Signal zu. Und wenn da irgendwo ein Magnet ist, dann kriegen wir nämlich gleich von 500 ein drüber geschmissen. Und das muss ja nie sein, ne? Da vorne sehen wir es nämlich auch schon. Und jetzt dürfen wir wieder warten. Warten, warten, warten. Jetzt willst du erst anfangen zu bremsen, hä? Du bist ja auch ein schlaues System des AFB, das ist ja wahrscheinlich für Personenzüge eingestellt oder so. Aber ich glaube, ich mache gleich mal eine Speicherung. Dann brauche ich zumindest nicht von vorne anfangen. Jo, wollen wir spechern. Zack. Und damit stehen wir auch schon wieder. Da kommt ja schon der nächste Zug. Keine Ahnung, was das jetzt für einer ist. Ist das ein Güterzug? Sieht mir fast so aus, ne? Ne. Leere. Er hat doch ein bisschen guter Zug. Ist jetzt fast so ausgesehen, als wäre es eine leere Lok. Woher hört ihr? Er darf auch bremsen. Hey! 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 Ich gebe dir ins war keine Ahnung, revived die Archlagen, bevor du vorstlotest. Ich komme zu Kate Masse, aber einfach ab. Entkana, которая intentes nicht. Aber oxen 8 vierah pupfond meine shampoo werden, sehr wohl toller siglamotest an. So jetzt warten man natürlich wieder auf die Züge ist ja ganz klar können wir aber wieder hinten gucken. Ich musste doch, dass der stehen bleiben muss. suic漂亮 oder so verbraucht mir geg procure processo zu artık. Ah, was ist sicher, dass der steh bleiben muss. Ja, was war wirklich besser? Moment! So, der bremst aber auch. Der wird auch langsamer. Das heißt, wir dürfen jetzt noch länger warten, oder was? Ich hoffe nicht auf seiner Spur. Immer diese Warterei. Okay. 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 Und dafür fängt es wieder an zu pissen. Naja, das ist aber richtig klasse hier. Was da? Kann man, kriegen wir die Erlaubnis des... Ne, kriegen wir natürlich nicht. Das rote Signal zu überfahren. Wir warten also noch auf einen Zug, oder was? Ja, dann mach mal ein bisschen schneller hier. Ja, ja. Ja, immer das gleiche. Warten, warten, warten. Oh, endlich! Aber wir haben schon wieder halt erwarten. Da ist es natürlich richtig klasse. Ich würde mir sonst nichts zu tun, als die ganze Zeit zu warten und zu stehen, ne? Ah, 60. Und jetzt, wo dann ihr? Ich glaube... Du kannst nichts erzählen. Oh, endlich. Du kannst. Ich bin jetzt über 50. Und dann, wenn es mich leicht ist. So, wieder 130. Also ich gebe ihm was? Vollstoff, genau. Jetzt ziehen wir schon ein bisschen Strom aus der Oberleitung, ne? Aktuell 230 Ampere. Das ist natürlich schon Hausnummer, ne? 230 Ampere. Das ist, äh... So, bislang haben wir noch nicht einen groben Schnitzer drin gehabt, ne? Oder? Was sagt ihr? Das war natürlich jetzt ein Schnitzer, ne? Ist ja ganz klar. Beim Setra scheint es auch wieder das Omseeamt geschissen zu sein. Und da... Also... Okay. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gasbremse, Gasbremse, Gasbremse Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt ganz gut, oder? 40 Kilometer noch, dann ist Ablöse, dann fährt ein anderer weiter. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt ganz gut, oder? 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 Das ist jetzt ganz gut, oder?